Maxi Maxi Lena Martha Ja wo ist sein langweilig und unerfrischender Bein wie diese großen Schwester, die für die Kinder das ist so absoluter Schuss und euer Klo macht ihr mehr Niveau und dann sagt ihr wie eine Schreiberzwerge und es ist vom Wunderkind zum Düsseln und dann sagt ihr die Autoren und ihre Subgebiete und das ist das nächste Unverschämte das ist ein Rattur-Kapes und das ganze Welt ist und dann sagt ihr noch dass der Abschluss ist mit Orangenkometen folgt und ihr sagt dass das Projekt Wunderkind gescheitert ist und dann sagt ihr das Projekt Wunderkind ist Egemonie komplett und dann sag ich einfach was und dann sagt ihr seid einfach nur meines Egemonie! Lass auf! Lass sie doch in Ruhe! Lass sie doch einfach mal in Ruhe! Sie hat doch gar nichts getan! Sie hat doch gar nichts getan! Lass sie doch einfach in Ruhe! Ihr Schweine! Die Ängelacken kann werden Schweine! Lass sie in Ruhe! Und von sofort! Lass auf damit! Lass sie in Ruhe! 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 Untertitelung des ZDF, 2020